Abend im Kino Freitagabend ist Kinonacht. Ich treffe mich mit Freunden und wir schauen uns einen neuen Film an. Die Schlange am Ticketschalter ist lang. Wir kaufen Popcorn und Getränke. Im Saal suchen wir unsere Plätze. Die Vorfreude steigt. Werbung und Trailer laufen zuerst. Dann beginnt der Film. Die Geschichte fesselt uns sofort. Spannung, Lachen und manchmal auch Tränen. Nach dem Film diskutieren wir noch lange darüber. Einige mögen ihn, andere nicht. Aber das ist das Schöne am Kino. Es regt zum Nachdenken und Reden an.